Guten Tag! Mit diesem Video möchten wir euch die Bruchgleichungen vorstellen. Zuerst sollten zwei wichtige Dinge geklärt werden. Erstens, was ist ein Bruchterm? Und zweitens, was ist eine Bruchgleichung? Unter einem Bruchterm versteht man einen Bruch, dessen Nenner eine Variable enthält. Und eine Bruchgleichung, ist eine Gleichung, die mindestens einen Bruchterm enthält. Beispiel 2 geteilt durch x minus 1 gleich 3 ist eine Bruchgleichung. 2 geteilt durch x minus 1 ist ein Bruchterm. Im Nenner x minus 1 kommt die Variable x vor. Der Nenner eines Bruches darf nie 0 sein. Daher müssen die Fälle, für die der Nenner 0 werden könnte, ausgeschlossen werden. Das bedeutet, in diesem Fall, muss x ungleich 1 sein. Sonst, ist der Nenner x minus 1 gleich 0. Und, der Bruchterm, 2, geteilt durch x minus 1, ist nicht definiert. Denn, der Nenner x minus 1 ist gleich 0. Und, Division durch 0 geht leider nicht. Wir lösen jetzt, diese Bruchgleichung, mit x, ungleich, 1. Wie wir schon wissen, wir dürfen, eine Gleichung, auf jeder Seite, mit der gleichen Zahl, oder auch, einen gleichen Term multiplizieren, oder dividieren, und so weiter, ohne dass sich die Gleichung ändert. Dies nutzen wir aus, um die Nenner in der Bruchgleichung zu entfernen. Also, wir multiplizieren jede Seite, mit dem gleichen Term im Nenner. x minus 1. Dann gilt, 2, mal, x minus 1, in Klammer. Geteilt durch, x minus 1. Gleich, 3, mal, x minus 1, in Klammer. Wir kürzen jetzt, x, minus, 1. In der linken Seite, bleibt, 2. In der rechten Seite, gleich, 3, mal, x, gleich, 3, x, dann, 3, mal, minus, 1, gleich, minus, 3. Die verbleibende Gleichung wird gelöst, wie bekannt. Wir addieren, beide Seiten mit, 3. Also, 2, plus, 3, gleich, 5, in der linken Seite. Gleich, 3, x, minus, 3, plus, 3, gleich, 3, x, in der rechten Seite. Daraus folgt, x, gleich, 5, geteilt durch, 3, also, 5 Drittel. 5 Drittel, ist ungleich, 1. Daraus folgt, Lösungsmenge, L, gleich, der Menge, aus einem Element, 5 Drittel. Das war's für heute. Demnächst werden wir uns mit Übungen beschäftigen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.